Fußball-Liga-Fest Der DFB-Spiel-Ausschuss beschloss am Montag wie erwartet den Abzug von 9 Punkten für die Sachsen. Grund ist der Insolvenzantrag, den der CFC am 10. April gestellt hatte. Punkt, 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 Punkt. Der Verein hat eine Einspruchsfrist von sieben Tagen, hat dem Urteil laut DFB aber bereits grundsätzlich zugestimmt. Punkt, 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 Punkt. Chemnitz rutscht damit in der Tabelle mit nur noch 21 Punkten auf den 19. Platz ab. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt drei Spieltage vor Saisonende 15 Punkte. Punkt, 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 Punkt. Zuvor hatte auch Rot-Weiß Erfurt 13 Punkte. Insolvenz angemeldet, dritter Absteiger ist nach jetzigem Stand Werder Bremen 2. Punkt, 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 Punkt. Einzig der Lizenzentzug eines anderen Vereins könnte daran noch etwas ändern. Punkt, 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 Punkt.